Musik Um die Mitte des 19. Jahrhunderts sah die englische Kunst, wie die Kunst in den meisten Ländern zu jener Zeit, recht alt und müde aus. Und wie es in solchen Augenblicken häufig geschieht, tat sich eine Gruppe junger Maler, sehr junger Maler in diesem Fall zusammen und beschloss, etwas zu unternehmen. Sie nannten sich Prä-Raphaeliten. Im Zentrum standen drei Kunststudenten. Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt und der jüngste und frühreifste der drei, John Everett Milley. Sehr wenige englische Maler haben so viele unvergessliche Bilder so früh in ihrem Leben geschaffen, noch vor dem 30. Lebensjahr. Und dieses ist das berühmteste. Ophelia. 1851 gemalt. Shakespeare war eine beliebte Quelle für die Künstler des 19. Jahrhunderts. Und als junger Mann mit Sinn für romantische Melancholie ließ auch Milley sich verständlicherweise vom Tod der Ophelia anziehen, der so schön im vierten Akt von Hamlet beschrieben ist. Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, mit welchem sie fantastisch Kränze wandt, von Hahnfußnesseln, Maßlieb, Purpurblumen, die dreiste Schäfer gröblicher benennen, doch unsere züchtigen Mädchen Totenfinger. Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde an den gesenkten Ästen aufzuhängen, zerbrach ein falscher Zweig und niederfielen die rankenden Trophäen und sie selbst ins weinende Gewässer. Milley hat dies wirklich Wort für Wort oder eher Bild für Wort gemalt. Die Weide, von Nesseln umstanden, der spiegelnde Fluss, der Hahnenfuß, Wasserhahnenfuß, die langen Purpurblumen. Er hat noch Heckenrosen hinzugefügt, vielleicht weil ihr Bruder Laertes sie eine Rose nannte. Außerdem ein Rotkehlchen, von dem sie zuvor im Stück gesungen hat. In ihre bunten Girlanden hat sie auch Mohngeflochten, der den Tod symbolisiert, dem sie entgegenschwimmt, während sie wie freudig singt, mit ausgestreckten Armen, als wartete sie darauf, ihren Geliebten zu umfangen. Milley hatte auch Narzissen gemalt, um etwas mehr Gelb in sein Bild zu bekommen, doch der Dichter Tennyson riet ihm, sie zu übermalen, aus Gründen der Botanik. Ebenso eine Ratte, die er ebenfalls übermalte, weil sie wie ein Löwe ausgesehen hatte. Die prä-raphaelitische Bruderschaft war drei Jahre zuvor, 1848, gegründet worden. Milley war 19 und als erstes Bild hatte er Isabella nach John Keats Gedicht über die unglückliche Liebe gemalt. Das Ziel der Bruderschaft bestand darin, den Malern vor Raphael nachzueifern, bei denen sie Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit der Natur gegenüber zu finden meinten. Mit Raphael hatte, ihrer Ansicht nach, ein Verfall eingesetzt. Doch Raphael war der Abgott des 19. Jahrhunderts und so hielten sie den Namen ihrer Bruderschaft geheim. Sie signierten ihre Bilder mit PRB. Das rief Neugierde und ironische Scherze hervor, wie etwa die Frage, ob die Initialen für »Please ring bell« bitte läuten standen. Das nächste Bild, das Milley ausstellte, demonstrierte noch stärker den Glauben der Prä-Raphaeliten an Wahrhaftigkeit und an Tiefsinn. Sein »Christus im Haus seiner Eltern« ist wirklich symbolgeladen. Der junge Christus hat sich an einem Nagel verletzt. Ein Blutstropfen ist auf seinen Fuß gefallen. Seine Mutter ist schon die trauernde Jungfrau Maria. Das Bild fiel bei der Kritik durch. Doch nicht wegen dieser eher schüchternen Anspielung, sondern weil es zu lebensnah war. Josef barfüßig und mit schmutzigen Fingermägeln, armselige Kleider, Dreck auf dem Fußboden, das ging zu weit. Raphael hätte da Ordnung gemacht. Milley nahm sich in Acht, die öffentliche Meinung nicht noch einmal zu verletzen. Dafür war er zu ehrgeizig. Doch seine Realitätstreue behielt er bei. Noch bevor er Ophelia malte, kehrte er zu dem Thema der tragischen Liebe zurück, und zwar nach dem Gedicht »Mariana« von Tennyson, das von einer einsamen Frau spricht, die lebensüberdrüssig ist und sich den Tod wünscht. Die »Mariana« von Milley ist weit sinnlicher als die Tennissons. Sie ist noch gesteigert durch das intensive Blau, das so lebhaft ist wie das der Glasfenster, die »Mariana« anschaut. Hier ist die Farbgebung der Prä-Raphaeliten auf ihrem glanzvollsten Punkt angelangt. Keine traurigen Halbtöne mehr, wie sie im 19. Jahrhundert üblich waren. Diesen Leuchteffekt erreichten die Maler, indem sie reine Farben auf weißem Grund aufbrachten, während er noch nass war und so Stück für Stück des Bildes wie ein italienisches Fresko malten. So entstanden auch die strahlenden Grüntöne und die leuchtenden Blumen bei Ophelia. Das kostete aber natürlich den Maler auch unendlich viel Zeit. Er brauchte Wochen und Wochen an einem Fluss in Surrey, während derer er täglich elf Stunden lang hintereinander malte. Er beklagte sich in seinen Briefen über die Rinder auf dem Feld und ein paar Schwäne, die die Wasserpflanzen durchschwammen, als er sie gerade malen wollte. Die Gestalt der Ophelia machte ihm weitere Probleme. Das Modell war Elizabeth Siddle, die später Rossetti heiratete. Mille malte sie nicht im Fluss, sondern in einer Badewanne in seinem Atelier während des folgenden Winters. Er bemühte sich, das Wasser von unten mit Lampen zu erwärmen, doch war es nie warm genug und die arme Miss Siddle war wochenlang krank. Überraschend ist allerdings, wie es Mille gelang, den sommerlichen Fluss und das Badewasser des Winters überzeugend in einem Bild zu vereinen. Mille widmete sich noch viele Jahre lang dem Thema der Melancholie. 1856 malte er das blinde Mädchen. Auch hier gewinnt die Poesie der Trauer an Schärfe durch die Leuchtkraft der Farbe und durch eine minutiöse Wiedergabe der Naturdetails. Im selben Jahr malte Mille noch ein Stimmungsbild. Herbstblätter. Das Ende des Tages. Das Ende des Sommers. Die wehmütigen Gesichter von Kindern, die das Ende ihrer Kindheit zu beklagen scheinen und damit den Abschied von der Unschuld. Doch der Künstler selbst entwuchs diesen jugendlichen Visionen. Er äußerte der Frau eines Sammlers gegenüber, die Leute sollten meine Bilder lieber jetzt kaufen, während ich noch aus Ehrgeiz male, als in ein paar Jahren, wenn ich für Weib und Kinder male. In Fotografien ist der Wandel festgehalten. Mille wurde reich, berühmt und von der Gesellschaft hofiert. 1885 wurde er als erster britischer Künstler in den Adelsstand erhoben. Sein späterer Ruhm bezog sich auf Bilder, die der viktorianischen Gesellschaft nicht nur zu Herzen gingen, sondern auch an ihren Geldbeutel. Zum Beispiel Seifenblasen. Das Bild kaufte der Seifenfabrikant Peers und benutzte es als Reklame. Mille war wütend, aber im Grunde geschah es ihm nur recht. Peers hatte das gleiche kommerzielle Prinzip angewandt, das den Künstler in seiner späteren Karriere leitete. So wird der klagende Ton im Werk des jüngeren Mille zugleich auch unsere Klage über den Hingang eines so großen Talents. Und dennoch hat, wenn man es so sehen will, Mille der Nachwelt in den ersten zehn Jahren mehr gegeben, als manch anderer Künstler in seinem ganzen Leben. Musik Musik Musik